Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Duftmagier Video eurem Ratgeber für Düfte, Beauty, Luxus und Lifestyle Produkte. Heute mit einem sehr außergewöhnlichen Klassiker aus dem Jahr 1986, Sino Davidoff. Ich empfehle euch einen Blick auf die verschiedenen Werbespots aus den 80er und 90er Jahren, die ich euch auch unter dem Video verlinkt habe. Duftdesigner Michel Almrack ist unter anderem bekannt für das Parfumio Brom, das ich euch schon in einem vorherigen Video vorgestellt habe. Der Duft hat eine vergleichsweise gute Silage und wartet mit einer überdurchschnittlich hohen Haltbarkeit auf. Die Vielzahl an Duftnoten machen das Parfum komplex und lassen es somit zu einem echten Erlebnis für die Sinne werden. Um es auf den Punkt zu bringen, der Träger macht sich mit diesem Duft interessant für sein Umfeld und möchte wissen, was wirklich dahinter steckt. Anders als bei vielen Düften schiebt Sino Davidoff die würzigen Duftnoten an den Anfang, was sie weniger für den Einsatz im Sommer als im Winter geeignet macht. Die Kopfnote bildet sich aus Bergamotte, Lavendel, Muscatella, Salbei und Rosenholz. In der Herznote finden wir uns in einem Blumengarten wieder. Wir nehmen Rosengeranie, Jasmin, Maiglöckchen und Rosegarten. Die Basisnote sorgt für einen runden Abschluss mit leicht süßen Noten. Sie besteht aus Ember, Patchouli, Sandelholz, Tonkabohnen, Vanille und Cedar. Weil er sehr speziell ist, empfehle ich diesen Duft weniger für den Büroalltag, denn für die Freizeit. Besonders geeignet ist er meiner Meinung nach für abendliche Unternehmung. Über den Link unter dem Video gelangt ihr direkt zum Sparangebot von Sino Davidoff auf Amazon.de. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Bis zum nächsten Video. Ciao.